So, da sind wir wieder. Und, ja. Wir nehmen gerade Folge an Folge auf und ich stimme mal schnell ab. Ähm, ich nehme diese Map. So. Hast du auch abgestimmt? Ja. Für welche? Für die letzte? Äh, nee, ich hab für die erste abgestimmt. Ah, okay, dann könnte es jetzt unentschieden werden. Wir sind mal richtig spannend hier. Ah, vielleicht kriegen wir das nach. Ist aber unentschieden und dann wohl per Zufall ich ausgelost. Ja, hier. Und wir sind diesmal auch zu 6, sehr schön. Ja, das passt ja. So. Bist du mir ausgegraut? Kannst du ein, dass du gerade nicht so eine gute Verbindung hast? Ah, nee, ich hör dich ja. Da kann es nicht liegen. Ähm, nö, nö. So. Ich weiß immer noch nicht, wen ich nehmen soll. Na, ich hab jetzt mal den. Ach, los, nehmen wir auch mal den. Den Klassiker. So. Ich bin Level 8. Ich bin Level 8, ja. Und du? Krass. Level 4 gerade, Alter. Ja, ja. Bisschen, bisschen anti-parallel aufgestiegen. Na, jetzt hast du den mit der Brille? Ich weiß ja nicht, vielleicht. Bist du diesmal das Weichsbild? Nee. Nee, du bist, du bist, glaube ich, oder warst du schon drin? Ich weiß ja nicht. Ich werde ja noch früher erfahren, wie du bist. Ja. Alter, mich nervt, dass das immer, wenn ich ins Spiel reinkomme, der mir erstmal Spiel erklärt. Alter, ich hab's ja noch nicht, ich hab's ja noch überhaupt nicht häufig gespielt, ja. Na gut. Mal gucken, hab ich aufgenommen, ja, hab ich. Sehr, 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 sehr weh. Zehn Minuten geht so eine Runde, ist natürlich, ist natürlich lang. Ja, zehn Minuten, das ist lang, ja. Ich find doch, am Ende zieht's, ich find, es gibt zwischendurch so eine Passage, da zieht sich ein bisschen, und am Ende geht's nochmal so ultra schnell. Also, ich würde es bevorzugen, wenn, ähm, wenn, oh Mist, na, okay. Ich würde es tatsächlich bevorzugen. Och, nö, aber jetzt weiß ich ja wenigstens, wer du bist. Hätte ich wenigstens hingeguckt, ja, dann wisst du ja, wer du bist. Der Baron, oder wie er fest ist, ja. Boah, wird schon Baron sein. Aha. So. Aber am Ende geht's ja nochmal ziemlich schnell, ne. Ich find so, sieben Minuten wären eigentlich eine bessere Zeit, meiner Meinung nach. Sieben Minuten. Wirst du das, was der hier immer labert, ja? Ich hab das Spiel sehr, sehr leise, ich hab das Spiel sehr leise, also. Der ruft ja immer Pilze verkaufen und so. Ja, stimmt, ja, das war im Tutorial ja schon so. Na klar, ich wollte dich grad töten, dann töte der mich. Das pisst mich ja an. Na, warte, ich räche dich. Ich, äh, ich hab den grad auf der Liste. Aber ich, ich hab das verloren. Ist immer doof, dass man meistens auf der Liste so eine Dreierkonstellation hat. Ja, jetzt hab ich ihn. Sehr schön, danke. Ist ja wahrscheinlich mich auf der Karte. Nice, inkognito. Ja gut, wurde ich auch getötet, aber. Ach man, ich wollte dich grad, Alter. Aber warst du auch dann, oder wie? Ja, ich war eine Sekunde zu spät, oder so. Dann hatten mich ja zwei, oder so, die mich grade. Ist ja interessant, dann haben ein mehrere gleichzeitig, siehst du. Man lernt immer mehr über das Spiel. Ja, und manche müssen ja dann gar keine haben, oder? Ja, stimmt so, oder? Wir sind ja, wir sind fünf, stimmt. Ja. Oder vielleicht haben, vielleicht ist es auch einfach nur Zufallsgenerationen und jeder hat mal den, mal den. Ja. Vielleicht haben wir auch nur eine alle, eine alle, oder so. Das wär ja alle. Das wär vielleicht fies, aber. Mhm. Gut, könnte auch passieren, ne. Ach, das war ein Zivilist? Der sah aber genauso aus. War zwar nur bei lautlos, aber, äh, hab trotzdem gut Punkte bekommen. Und ich hab das Gefühl, dass ich grade von, ne, ne, doch nicht. Ich hab immer mal zwischendurch 60 FPS dann wieder. Alter, nervt mich das. Na, mein Freund. Was? Als ob du mich machen musstest. Ja, das war grad, das war grad. Alter, ich wollte eigentlich, ich dachte, du musst mich nicht machen. Alter. Spiel mit dem Feuer mal wieder. Und trotzdem Zweiter, was bist du? Du bist Dritter. Alter, du wirst besser. Mein Freund, du wirst besser. Spiel zu spiel wird's immer besser. Ja. So, bei Folge 300 bist du dann ungefähr so gut wie ich. Ja. 600 Spiele dann ungefähr. Ja, das haut hin. Ja, das haut hin. Das haut hin. Und ich krieg grad keinen neuen Auftrag. Das pisst mich natürlich nicht. Ich auch nicht. Bist du das hier? Lauf ich gerade hinter dir? Nee, hinter mir ist grad keiner. Ah, schade. Habt ihr jetzt Auftrag diesmal den gleichen wiederbekommen? Lautlos und inkognito. Und ich töte natürlich einen Zivilisten, ja. Anstatt den, den ich eigentlich töten soll. Alter, pisst mich das. Ah, schade. Alter, nice. Ist zwar nur umstritten und diskret, aber kack drauf. Besser als nichts. Weiß gar nicht, was passiert, wenn ich das hier mache? Ah, dann kann ich jemanden verfolgen, aha. Ist ja, ähm, nice. Ich krieg grad keinen neuen. Das ist... Bist du das hier? Ich weiß es nicht. Ich glaub, ich hab dich gefunden. Alter, fuck. Ich bin grad richtig angepisst bei meiner Sicht. Ja, fuck. Ist egal, ist egal. Hast du's gesehen? Echt? Ja, ich stand grad genau ein Zentimeter neben dir. Nee, nee, ist aber nicht so schlimm, weil ich hab grad sowieso meine Sichtweise doof verstellt. Ja, jetzt geht's wieder perfekt. Also ist nicht so schlimm. Ach. Genau, aber immer eine gute Ausrede, ja. Ist nur diskret, aber besser als nichts. Na, die meisten machen ja echt mit 450 Punkten. Das ist, äh... Na, ich bin tatsächlich gleich der Erste, wenn ich hier jetzt noch einen mache. Weil ich krieg ja dich mal wieder auf die Karte, das wäre natürlich nett. Nee, schade. Ich hab auch immer den gleichen, ja. Immer den gleichen. Immer die gleichen Kandidaten, jo. Und ich werd grad von hinten... Nein! Ich steh hinter den und mach dir... Und der macht mich von hinten. Ich war gerade hinter dir. Och, nö, oder? Ich wollt auch grad einen machen, er hat mich einer gemacht und du warst hinter mir, der mich machen wollte. Was ist denn das hier? So ne Konstellation. Ja, das ist... Wir sind doch, wir sind doch... Nee, wir sind zu sechs sogar. Ist doch auch interessant, dass welche hinzuzahlen können, was irgendwie... Irgendwie ist das so ein bisschen blöd, oder? Weil welche noch dazukommen können und gar keine Chance richtig hinterher zu können. Ja, aber nicht, dass dann immer weniger werden. Ja, aber sonst haben ja keine... Weil wenn dann irgendwie bei fünf Minuten der hinterherkommt, dann hat er ja gar keine Chance mehr praktisch. Oh, von oben, Alter. Von oben? Dann mach ich Rache, glaub ich. Ich glaub... Och, nö, oder? Alter, der kriegt mich ja immer. Alter. Ja, der Nameless King, Alter, der ist echt gut. Der ist das Erste. Er hat 2300 Punkte. Ja, ja, nee. Ich krieg den auch auf meine Karte hier. Der ist gar nicht so gut. Ja, ich auch. Ich hab den auch schon wieder. Der ist gar nicht so gut, aber... Hast du den grad? Ähm, nee. Warst du das? Nee. Freitag, Michel. Nee, das war der Nameless. Ich räche dich, ich räche dich. Nee, das war der gar nicht, der Nameless. Ich hab den aber trotzdem. Wieso, du hast nämlich grad eigentlich auf meiner Karte. Aber jetzt krieg ich den Freitag, Michel. Michel, so heißt er. Freitag, ja. Freitag, Michel. Hm, so. Ich hab schon wieder den Nameless, das gibt's ja ja nicht. Ich glaub, ich hab ihn jetzt. Moin. Nee. Aber ich hab Rache genommen direkt. Ah, danke. 600 Punkte hat der für mich gekriegt. Ja, ich hab aber auch noch bekommen, weil Rache nehmen und so, das bringt halt extra Punkte. Ach so. Du kannst ja nur empfehlen Rache nehmen. Das sahnt man und der ab. Absahnen, ist auch so ein lustiger Ausdruck. Ähm. Wenn du verstehst, was ich meine. Hm. Scheiße. Ach, verdammt. Ach, Mann. Los, jetzt geh mal wieder, Pascal. Ich will dich doch mal wieder machen. Nee, nee. Das kotzt mich ja schon wieder. Ja, jetzt hab ich mal den Freitag. Ja. Ich hab auch, du Opfer. Und ich hab mir einen Kognitor gemacht. Bin jetzt erster. Nice. Verdammt. War richtig knapp. Ach, jetzt nimmt der mich. Spielt sich halt richtig knapp da oben ab. Fällt mir. Und du bist, na, diesmal bist du, ja, du hast jetzt die letzte Zeit ein bisschen nachgelassen. Anfang warst du besser und dann so zum Ende hin. Musst halt probieren, deine Güten ist auch ein bisschen, ähm, leicht zu halten. Ach, Mann. Ja, klar. Ich hatte doch grad gar keinen Auftrag. Leck mich. Leck mich einfach. Ja, das war, das war gut. Mann. Los, ich brauch einen guten Kill und ich bin wieder erster, weißt du. Das ist gerade richtig knapp hier oben. Dieser Nameless King ist jetzt gar nicht mehr so gut, oder ist der erster? Hm. Fand ich da aber zwischendurch mal besser. Ja, der ist immer noch erster, der hat 3600 Punkte. Okay, okay, ja, da komm ich wahrscheinlich nebenher ran, unter einer Minute. Gut. Und probieren wir mal meinen zweiten zu halten. Ist auch knapp, ja, 50 Punkte ist der andere hinter mir. Und jetzt werde ich auch nochmal gemacht. Ach, verdammt. Von denen, der hinter mir ist, okay. Ach, nee, ist gar nicht der, der hinter mir ist. Fuck, jetzt muss ich mich vereinen. Ja, 30 Sekunden, na. Los, jetzt gibt mir einen Auftrag. Oh, jetzt hab ich den Nebel schon wieder. Los. Ach, nee. Ne, ich hab keinen Auftrag mehr, ey. Na doch. Los, laut, los. Oh, Mann, dritter. Mann, ich hatte auch gerade den Freitag. Ah. Gibt's da nicht. Fuck, los. Jo, komm her, komm her. Gib mir noch einen Belucke. Ich bin gerade hinter dir. Moin. Ach, Mann, dritter nur. Scheiße. Du bist gerade verschwunden. Ja, du bei mir aber auch. Dritter nur. Mann, wie billig. Ach, Mann. Alter, ich bin bisher immer auf dem Treppchen gewesen, ja. Du bist doch schon mal schön. Ja, du warst, ich glaub, du warst immer dritter oder so, ja. Ich war immer, ich war ja auch mal einer, einmal erster. Ja, glaub ich auch, ja. Ja, du spielst gut. Ah. Siehst du, du hast nämlich, was, du hast. Hey, das bin ich. Ja, du hast eine Top-Auszeichnung oder so. Ah. So. So, ach, fast Level 9. So. Ah, ich bin fast Level 6 jetzt. Ähm, ja. Ich nehm, komm, wollen wir wieder diese kalte Map nehmen, diese Eisweb-Map? Nordwest-Passage? Äh. Fand ich eigentlich immer ganz schön. Ja, nehm ich jetzt mal. So, perfekt. Haben wir dafür zwei Stimmen. Die anderen hatten wir schon. Ja. Ach, ne, die hatten wir auch schon, oder? Ja. Na, ist ja geil. Also, so viele Map gibt es ja gar nicht. Gibt nur die drei, oder? Ne, es gibt, glaub ich, mehr. Wir hatten, guck mal, da ist die von eben zum Beispiel nicht dabei. Ah, ja, stimmt. Denn noch diese, die wir am Anfang, in der ersten Folge, mal gespielt haben. Ja. Ähm, diese, oder war die das? Ja, das ist ja nicht. Aber es gibt schon, es gibt schon Apps. Oder ist die das? Ne, das ist die nicht. Ja, ich denke, so sechs Maps gibt es bestimmt. Ja. Ja, sechs, fünf, vielleicht noch mehr, vielleicht sind manche auch erst da ein bestimmten Level zu spielen. Ähm. Ja, das kann auch sein. Ich glaube, ich nicht. Den hier habe ich noch gar nicht gespielt. Ich finde es schön, bei Overwatch zum Beispiel hat jeder Charakter seine eigenen, seine eigenen Eigenschaften. Und wenn du mit dem Charakter nicht klarkommst, ähm, denn dann spielst du ihn halt auch nicht. Oder, denn ich zum Beispiel komme bei, ähm, bei Overwatch nur mit Soldier 76 klar. Aber in dem Spiel haben wir einfach alle die gleiche Eigenschaft, ja. Ja, ist gut, ja. Dann kannst du aber mal wie ein anderer spielen. Ja. Kannst du jede Runde jemand anders nehmen? Ja. Und das macht dich nicht kaputt. Und ich habe jetzt noch nicht irgendwie unterschiedliche Eigenschaften oder so gesehen. Also, denke ich, das ist auch gar nicht so viel. Oh, du nimmst jetzt, ah, ich weiß immer, wer du bist, das ist gut. Mhm. Wen nehme ich denn? Na, den mit dem Hut. Mhm. Wer weiß denn das? Ja, das ist immer, du stehst immer unten. Und deshalb bist du immer der, der in der Mitte steht. Ja, wahrscheinlich sind die immer chronologisch geordnet. Wahrscheinlich kann ich auch dich erkennen. Ja. Also auch kein Verlust, jemanden Zweck hätten. Das stört ja jetzt nicht. Verschafft ja keinen Vorteil. So, ich habe gleich mal das erste Blut gemacht. Zwar kein gutes erstes Blut, aber ich meine, der 50 ist jetzt ja auch nicht schlecht, ja. Siehst du und... Nein, ich wollte dich gerade holen. Ah, ich habe dir aber sowieso in Unmacht geschlagen. Du kleines Opfer. Da holt mich der andere. Verdammt. So. Aber bei 900. Allein du ist in Unmacht schlagen. Was das schon bringt, ja. Ich habe noch 0. Das geht gar nicht, ey. Ich finde... Hä, wo ist denn die jetzt? Oh nein. Ja, jetzt hat der mich von hinten gemacht, der dich gemacht hat. Schade. Ich finde es auch nicht so gut, dass das hier immer so abgetrennt ist mit so einen komischen Wänden. Ja, aber sonst wäre die Map halt sehr, sehr offen. Man könnte natürlich auch nur eine freie Fläche machen, ja. Und dann bellen sich alle. Aber es gibt auch noch andere Spielmodi, ja. Wir können ja auch mal andere ausprobieren. In der nächsten Folge vielleicht. Ja. Probieren wir mal zwei andere Spielmodi aus oder so. Vielleicht auch drei. Ich weiß ja nicht, wie lange die anderen dauern. Ja, ich weiß noch nicht. Wie viel gibt es dann? Ich weiß gar nicht. Es gibt eigentlich eine ganze Menge. Außer mit Teams und so. Ja, können wir mal. Können wir ja nächste Folge mal machen. Können wir auch die nächsten beiden Folgen mal einfach alle testen. Ja, ja. Mal gucken. Aber ich muss ja erstmal ein paar Folgen hochladen und gucken, wie das ankommt. Wobei, man merkt ja, mein YouTube-Prinzip, ich lade ja auch Sachen hoch, die nicht gut ankommen. Ach, Mann. Ich verstehe dieses FPS-Ding nicht. Ich, ich, ähm. Muss mal kurz auf die Option. Ah, geht's auch. Weiß nicht. Warte mal. Grafikoption. Ah, war ich im 4K-Spiel, dich, Idiot. Warte mal. Übernehmen. B ablehnen, so. Übernehmen. Hoffen wir nicht, dass ich jetzt alles kaputt gemacht habe. Fortsetzen, so. Trotzdem nur 30 FPS, weißt du? Oh Mann, der, warum hat der mich denn immer? Keine Angst, ich hab, ich hab dich gerecht. Ah, super. Trotzdem nur Zweiter. Warte, lass mich den, Mann. Ach, warum, Alter. Ich muss ja nochmal Grafiken anschauen. Super kill. Optionen. Ach, das warst du auch noch. Ach, du Scheiße. Ja. Verstehe, dieses FPS-Ding halt echt nicht. Nvidia 3D-Version, nicht verfügbar. Warum? Los, übernehmen wir mal. Spiel ich halt nicht auf Ultra hoch. Ändert halt nix. Na gut, scheiß drauf. Mach ich die Grafiken anschauen gleich wieder hoch. Ja, bist doch du, oder? Kleine Affe. Hm. Ne, ne, das bin ich nicht. Nö. Bist nicht du. Ja. Das bist nicht du. Doch, doch, das bin ich. Oh, doch, doch, doch. Das bist du. Auf einmal bist du das. Ja, mein Verfolger, das war mir klar. Ich renne jetzt aber auch mal ein bisschen durch die Gegend. Schatten und so gefällt mir eigentlich. Och, Mann. Ja, geht doch. Alter, jetzt. Das gibt's doch nicht, du bist vor mir. Wir sind nur noch zu viert. Das ist eine ganz schön kleine Runde. Ja, ist auch immer schwieriger, die Leute zu finden dann. Ich denke, lang kann man den Multiplayer-Modus ja sowieso nicht spielen. Ja, ist jetzt zwar dieser kurze Hype da. Ja, weil es halt kostenlos ist. Aber, aber, zum einen das und zum anderen. Weil Overwatch ist ja auch immer selber, aber. Ich denke, es ist auch einfach, das ist jetzt kostenlos. Der Hype ist kurz da, aber das Spiel ist einfach, denke ich, zu alt. Nein. Ach, verdammt. Jetzt hab ich dich doch noch. Jetzt killst du mich auch noch. Alter, mit deinem Enter-Haken an der Hand, Junge. Na, na gerne. Habt da Spaß dran. Habt die ganze Zeit gesucht. Da hatte ich schon Angst, dass der andere dich macht. Ja. Ach nee, weißt du, ich stell mich hinter den und versteck mich. Was passiert dabei? Er schlägt mich in Ohnmacht. Bitte. Nee. Doch. Ich hab gedacht, du bist grad weggesprungen. Ach so. Ja. Dumme Ausrede. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Oh. Sehr schön, jetzt sind wir schon zu sechs. Also wo ist denn dieser... Mann. Hat der das gerade gemacht? Der mit den kurzen, blonden Haaren oder die? Ja. Perfekt, dann mach ich dir jetzt nämlich durch. Rache, nice. Ja, wo du siehst du auch bei... bei den... äh... wo du siehst, wie viele Punkte jeder hat, siehst du auch, welche... welche Figur jeder hat. Ja, aber halt nur diese kleinen Bilder. Finde, die kann man daran auch nicht gerade gut deuten. Läufst du gerade hinter mir? Ja, und du hast mich sogar drauf, weißt du? Ich hab's mir gedacht, ich wollte mich eigentlich umdrehen und hier... wollte ich eigentlich eine Fresse hauen, ja. Oh Mann. Ja, naja. Ich hab's mir gedacht. Beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal, wow. Ja, ich hab schon noch ein blaues Auge vom letzten Mal. Ach, ne, weißt du... ich wollte gerade die andere machen. Hätte ich nicht erst die andere machen können und du nimmst dann Rache? Ich hab dich nur noch. Alter. Das ist krass. Du holst mich ja bald auf. Du kannst doch wenigstens ein bisschen abwarten, dass du mich irgendwie ein bisschen diskret hast. Kriegst du mehr Punkte. Hätte ich auch noch ein paar machen können. Ah, ah. Sehr schön. Nice. Ist der das? Es ist der nicht. Ich dachte schon. Der, den ich bekomme, steht einfach direkt vor mir. Alter, wohl zu schön geworden. Alter. Ich hab einfach das Herz mit meinem Haken rausgerissen. Und du machst mich natürlich auch. Das war natürlich mal wieder klar. Ja, ich hab jetzt extra gewartet. Ich hab extra gewartet jetzt. Du hast extra gewartet. Oh, du bist ja nett. Ja, ich bin... So bin ich. So bist du ja, klar. Aber... Aber die Tatsache, dass du mich überhaupt machst, ist ja schon... Ist ja schon ultra nett. Ah, verdammt. Jetzt holt die mich. Ich hab's gewusst. Ja, und ich nehm Rache. Alter, ich hab da grad die Kehle... Einfach... Wie geil. Ich liebe diese Animation. Nur noch der Bubi-Grabber und alles wär perfekt. Ach, Mann. Ach, Mann. Alter, dieser X-Typ. Der macht grad seinen ersten Kill, weißt du? Und den an mir. Ist ja peinlich. Seinen ersten Kill? Ist ja peinlich. Ja, der wird wahrscheinlich neu drin sein. Ist halt doof an diesem Nachschäuensystem. Ah, der war hinter mir. Verdammt. Gibt's nicht. Alter, ich komm hier nicht durch. Och, Mann, oder? Nicht dein Ernst. Ah, scheiß drauf. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Och, Mann. Wenn du mich jetzt noch überholst. Ohne Spaß. Nein, der... Nein, der gibt mir auch noch einen Rache-Kill, Alter. Och, Mann. Weißt du, ich war grad hinter der ersten her. Na, sorry. Ah, nee, ich überhole dich nicht mehr. Du hast 900 Punkte mehr. Ah, nee, 800. Ja, es geht aber schnell. Ja, theoretisch reichen dir zwei Kills, wenn du die gleich... 30 Sekunden. Wenn du die ganz kurz neinander machst. Ja, aber ich mach dich ja erstmal. Och, nee, du hattest mich doch nicht schon wieder drauf, oder? Du hattest mich doch nicht echt. Ey, das ist mega geil. Das muss ich echt sagen. Ja, der Charakter ist schon geil. Ich mach jetzt mal eine Grafikanstellung, Ende ruhig nochmal. Wenn es ja so ist, mhm... Vielleicht das hier? Oh, Junge. Ich bin Zweiter. Das zählt aber nicht mehr. Ja, ich bin Dritter. Schade. Aber wieder bald auf dem Podest. Ah. So. Und ich merke, ich muss mal wieder die Grafikeinstellung, ja. Erinnere noch einmal die Grafikeinstellung, dann hören wir mit der Folge auf, ja. Ach, Mann, mhm... Oder, ach, wir hören einfach gleich auf. Ähm, so. Warte, ich bin fast Level 10. So, Leute. Von mir danke fürs Zuschauen und so. Ja, krass. Und, ja, dann bis zur nächsten Folge. Bei 7000 Likes machen wir die nächste Folge. Also... Ja, 7000 Likes, genau. Bis dann auch rein. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.